Mit einer Inhaltsangabe willst du deinen Leser über den Inhalt eines Textes informieren. Hier erklären wir dir, wie das geht. Du willst die besten Lernvideos für Schüler und Studenten? Dann komm auf studyflix.de oder hol dir unsere kostenlose App. Bei einer Inhaltsangabe fasst du einen Text zusammen. Du kannst aber auch den Inhalt eines Films, eines Buches oder eines Theaterstückes gekürzt wiedergeben. Grundsätzlich läuft deine Inhaltsangabe nach dem gleichen Muster ab. Das Ziel ist, dass dein Leser über alle wichtigen Aussagen Bescheid weiß, auch wenn er den Text selbst nicht gelesen hat. Er soll durch deine Inhaltsangabe die Handlungen, die Figuren, die Zeit und den Ort des Geschehens kennen. Bevor du deinen Aufsatz schreibst, solltest du dich gut darauf vorbereiten. Zuerst nimmst du dir Zeit, deine Textvorlage mehrmals gründlich durchzulesen. Dabei markierst du Schlüsselwörter und wichtige Textstellen mit einem Farbstift. Anschließend teilst du den Text in Sinnabschnitte ein. Indem du die einzelnen Abschnitte mit Überschriften versiehst, gewinnst du einen Überblick über den Text. Nach deiner Vorarbeit solltest du alle wichtigen Fragen zum Text beantworten können. Du solltest wissen, wann und wo die Handlung spielt und welche wichtigen Figuren es gibt. Außerdem kennst du alle Ereignisse und ihre Zusammenhänge. Sehr gut, jetzt kann es auch schon losgehen. In der Einleitung stellst du deinem Leser alle wichtigen Informationen zum Text vor. Du nennst also den Titel, den Autor, die Textsorte und den Entstehungszeitpunkt des Werkes. Der erste Satz deiner Einleitung könnte zum Beispiel so klingen. Das Märchen Aschenputtel wurde erstmals 1812 von den Brüdern Jakob und Wilhelm Grimm veröffentlicht. Dann erklärst du noch kurz, worum es in dem Text geht. Jetzt kannst du auch schon mit einer Zusammenfassung loslegen. Im Hauptteil fasst du die Handlung knapp in eigenen Worten zusammen. Dabei können dir die Sinnabschnitte helfen, die du in deiner Vorbereitung erstellt hast. Du kannst den Inhalt einfach Abschnitt für Abschnitt wiedergeben. Dabei achtest du am besten auf folgende Punkte. Beschreibe alle Ereignisse in chronologischer Ordnung, also in der Reihenfolge, in der sie passiert sind. Lasse nichts Wichtiges aus, auch nicht das Ende. Gleichzeitig solltest du auf unwesentliche Einzelheiten verzichten. Gib den Inhalt in deinen eigenen Worten wieder und verwende nicht genau die gleichen Wörter, die im Text vorkommen. Die korrekte Zeitform deiner Inhaltsangabe ist das Präsenz. Nur wenn in der Handlung auf vorherige Ereignisse verwiesen wird, nutzt du das Perfekt. Also zum Beispiel so. Der Prinz findet den Schuh, den Aschenputtel auf der Treppe verloren hat. Wenn du in deiner Zusammenfassung die direkte Rede einer Figur zitieren möchtest, nutzt du dafür die indirekte Rede. Perfekt! Damit bist du meistens auch schon fertig. Denn im Unterschied zu anderen Aufsatzarten hat die Inhaltsangabe nicht immer einen Schlussteil. Meistens kannst du deine Zusammenfassung mit dem letzten Punkt der Handlung abschließen. Einen Schluss schreibst du nur, wenn es ausdrücklich in der Aufgabenstellung steht. Du kannst dann zum Beispiel auf die Textintention eingehen, also überlegen, was der Autor mit seinem Werk sagen will. Oder du schreibst kurz, wie der Text auf dich wirkt. Gut gemacht! Wie du siehst, ist deine Inhaltsangabe gar nicht so schwer. Das war dir noch zu theoretisch? Keine Sorge, wir haben auch noch ein ausführliches Beispiel zur Inhaltsangabe für dich vorbereitet. Dir hat das Video gefallen? Für mehr kostenlose Videos, komm auf studyflix.de und hol dir unsere App.